Hallo, liebe Bonner Freunde, Weltenbummler und Globetrotter. Mit Stolz und Genügtuung blicke ich jetzt auf die vergangenen 43 Jahre und die interessanten 52 Gruppenreisen mit insgesamt rund 310.000 Reisekilometer in 59 Länder von Europa, Amerika, Afrika und Asien zurück. Unvergesslich die beeindruckenden Flusskreuzfahrten auf dem Nil, der Donau, dem Dnieper, der Volga und das 5000 Kilometer Abenteuer Transsibirische Eisenbahn. Und die Begegnungen mit den Menschen in Kuba und den USA. Das waren schon besonders herausragende Highlights und Momente für mich und meine rund 2000 Gäste. Ein erfreuliches Ergebnis unserer Polen- und Russlandreisen war ein spontan vereinbarter Jugendaustausch zwischen dem BSKJ-BRS und dem Jugendpalast in Warschau, dem Tanzensemble Odom Puska in Moskau und der Ballettschule Irina Sadowskawa in Königsberg. Zweifellos einer der immunatesten Momente, der uns alle sehr beeindruckend bewegt hatte, war am 1. Juli 1997 die Teilnehmer einem Gottesdienst mit Black Gospel in der afroamerikanischen Gemeinde Springfield Baptist Church in Washington DC. Und ein Gespräch mit Referent Louis Benjamin Jones. Er war 36 Jahre Pastor in dieser Gemeinde. Ich freue mich schon auf die nächste Gruppenreise mit dir, mit euch, mit Ihnen, Klaus Taumsee. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.